Was steht der Aachen? Ich muss ihn noch ein bisschen runter-runter setzen. Warten einen Moment. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Jawohl, jawohl, direkt auf 116 Euro. Wie ist es schön, direkt auf 116 Euro. Es gibt so die Regeln, je mehr am Transformator des Plus Lever. Ja, klar, die Leidung ist bitter, oder? Ja, es werden ja lieber schon mal bereit oder so. Vor allem nimmt sich dann einer hier auch. Die ist dann in der letzten Räume. Da kommen wir mal an den Gepär. Wenn wir raffen und hier stehen. Dann sind wir beide uns die S11E hier. Ja, das ist fein. Das sind Leute, die fahren jetzt teilweise nicht mehr. Da ist der Auto da. Da stehen wir eigentlich an einem Fahrer. Das ist das Fahrrad, die da sind nicht mehr. Da geht immer her wie das. Gestern hatte ich auch zwei Schweizer. Die sind zusammengefahren und haben natürlich auch zusammengeladen. Was weiß? Ja, ich hab schon gewundert, das ist so langsam heute. Das ist besser hier, oder? Ja, 180. Welchen habt ihr als nächstes in Frankreich? Ähm, so. Warte? Hoffentlich nicht Metz. Metz ist zu lang. Ne, ja. Nicht mit einer richtigen D았습니다. Aus beinen. Aus beinen. Nicht mit dabei. Sind wir nicht richtig? su oder referrals? Eine ganz sch efficiently? Ja. Was? Das ist doch ruhig. Ich scholle. Nein, wir haben. Im Helaba hat die Undersche. Vielen Dank. 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 Supercharger. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. 11, 1, 1, 1, 1, 1, 05.